Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 3 hier auf TubeDebute. Ich bin der Tails und wir spielen Eroberung auf Operation Firestorm. Es ist Donnerstag, ich bin noch sage und schreibe eine Woche und vier Tage weg. Aber ihr braucht gar nicht in meine Wohnung zu gucken, denn die ist untervermietet. Man muss ja irgendwo gucken wo man ans Gate kommt. Schade, ich wollte eigentlich ins Flugzeug einsteigen. Na ja, Schuldeigner. Da haben wir einen Crack hier, der damit auch fliegen kann. Da kommt ein Helikopter. Oh! Hey! Das ist mir irgendwie ein bisschen zu Crack, Alter. Natürlich keine Schlitte gegen einen Panzer. Da ist noch keiner. Wo ist der Typ hier? Ey, Type! Na! Noch mein! Dオ! Ich hoffe nicht aufhören. So, wenn man hier so kann. Wir mal raus geben muss! So, die pressen aufziehe! This is a dodger! Oh nein, Panser! Und wir werden wieder los! So, die AMahu! Ö Mr. internationalistine! Oh nein, ich bin hier keiner in die ansatzteilen! Fah vos gesundherまあ verdadeir 그 정도es Rad teilen? Schade aber auch. Mal gucken, ob wir noch bei C schnell wieder reinjoinen können, dass wir das auch wieder schnell wieder wettmachen können. Schade, 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 Schade! Ach ja, eine Tasse nach der anderen. Auf, auf, zu B. Also ein bisschen querfett einrennen. Zum Glück hat der mich nicht gesehen. Und auf, zurück zu C. Da sind sie diesmal auch richtig, richtig viele. Die müsste ich eigentlich langsam und behutsam vorrücken. Und auf, zurück zu C. 1, 2, 3. Kevin kommt vorbei. 5, 6, 7. Wird von Monsters von 6, 1 gekillt. Schade. Dabei sah der so jude aus. Das verständlich ist ja auch immer gerne gegen da drin. Können wir einfach mal ein bisschen nach oben gehen. Achtung, wir haben das Einsatzziel erobert. Aufmerksam. Unterarbeit, Jungs, mach weiter so. Kamikaze schreibt man, ich glaube überall mit K kann es sein. Oh, hallo. Oh, hallo. Wow. Weg mich. Ah, Mama. Oh, ne, hier will ich nicht bleiben. Es sind überall Panzer. Ah, hallo, alle mal herhören. Wir kontrollieren jetzt alle Einsatzziele. Wiederholen. Wir kontrollieren jetzt alle Einsatzziele. Over. Jetzt kommen wir den Kippen an. Kuckuck. Ja. So lässt sich's doch leben, ne? Alle tot, alle weg. Da kann eigentlich nur noch nichts mehr passieren. Na, da werden wir schneller als ich. Na? Alter, scharfschützen. Also, bis dahin zurück zu laufen, ist auch irgendwie hart. Komm, geh weg. Da geht mir Schiss mit zu. Ach, das war mal ein Head. Von da hinten. Also, entweder nicht schlecht. Oder ab den Ratab. Komm, da kommt. Komm, komm, komm. Schade aber auch, da kam gleich einer um die Ecke. Ach, da kommt schon ein Panzer, da brauche ich ja eigentlich gar nicht so dringend hin. Ah, ein Schalter. Dass er sich jetzt irgendwo verbuddelt hat. Mist, 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 Mist. Dass ich ab und zu noch so eine Accuracy Rebound bekomme, finde ich dann schon echt witzig. Na, komme ich noch, komme ich noch, komme ich noch. Meiner. Das ist ja jetzt echt ein bisschen hammermäßig komisch. Befindet sich immer noch einer? Einer ballert hier mit. Wo ist er denn? Von hinten. So. Ich würde mal vorschlagen, wir kümmern uns mal um Ada, ist vielleicht ein bisschen mehr Action. Hier brauche ich ja heute alles an meiner Konzentration, alles, 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 alles. Ich wollte ihn ja eigentlich Messer mal machen. Schon trennen wir doch, Mann. Ja, alles klar. Jetzt haben wir noch 20 Punkte für Angriffs-Buffet bekommen. Jetzt wieder über die halbe Strecke zurück. Über die ganze Karte meine ich, nicht halbe hier. Wir machen keine halben Sachen. Und wir rennen und rennen und rennen. Und wir rennen und rennen und rennen und rennen. Dann haben wir da vorbei. Dann haben wir da vorbei gerannt. Sollte mich keiner mit dem Game voll dran vorbeilaufen. Obwohl ich irgendwie einen Scharfschützen höre. Auf der Karte gesehen habe, da ist er, hab ich mich erschrocken, heilige. Nicht gut für den Kreislauf. Dankeschön. Den wollte ich noch. Erster. Boah, ziemlich deutlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Battlefield 3 hier auf DripDebut. Dann wird es die vorletzte Folge sein, bevor ich wieder in der Haus bin. Back from Russia erstmal einen Haken setzen, dass die Folge aufgenommen habe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Taze Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.